Leute, diesmal habe ich den fünften Band der ersten Secret Avengers Serie dabei. Wir haben einen neuen Autor an der Serie, nämlich Rick Remender, der auch zur selben Zeit Venom schrieb. Hierbei fällt mir natürlich wieder auch ein extremst großer Fehler seitens Panini auf, denn die Ausgabe ist noch im Dezember 2012 erschienen, während Venom Band 4 im Februar 2013 erschienen ist, aber die Story muss unbedingt hier vorgelesen werden. Denn ich denke mal, das Titebild verrät uns schon einiges, aber wie gesagt, die Story muss vorher gelesen werden. Panini versaut das leider ab und zu mal, also da müssen sie mal ein bisschen mehr gucken. Ich sage nur Miles Morales und Spider-Quent zuletzt. Also da müssen die wirklich mehr Augenmerk drauf werfen. Ja, wir haben es jetzt nicht nur mit einem neuen Autor zu tun. Nein, das Team wird ein bisschen durcheinander gemixt. Nicht komplett, so bestimmte Personen bleiben dabei. Black Widow bleibt dabei, Beast bleibt dabei und Vaikyra. Aber wir haben eine große Änderung. Wir bekommen einen neuen Teamleader. Hawkeye wird jetzt der Teamleader der Secret Avengers, weil Cap nun nicht mehr Chef von SHIELD ist und Bucky ja mittlerweile auch tot ist. Und dementsprechend muss er wieder das Kostüm von Captain America anziehen und muss wieder ja für Freiheit und Gerechtigkeit stehen und kann natürlich so ein Team jetzt nicht mehr supporten. Und darum hat er dies nun natürlich ein Clint weitergegeben. Damit verlieren wir aber auch gleichzeitig Agent 13 so als Hintermann. Das heißt, jetzt muss ich das Team hier wirklich so alleine durchfischen. Dafür kriegen wir aber auch gleichzeitig ein paar neue Mitglieder. Darunter eben Captain Britain und Giant Man, wobei bei Giant Man ist nicht ganz klar, wer nun dabei ist. Ant Man spielt auch wieder eine wichtige Rolle. Ja und wie das diese Bild schon sagt, ist nun auch Venom dabei. Denn unser Freund Hank hat am Ende dieses Bandes zu Cap gesagt, dass sie Venom mit Sicherheit helfen können, den Symbionten zu kontrollieren, so wie es eigentlich Projekt Wiedergeburt 2.0 ja auch gemacht hat. Und dementsprechend hat Cap entschieden, Venom wird nun Mitglied dieses Teams. Das Problem ist, dass Cap dies aber hinter Hawkeyes Rücken entschieden hat. Und damit ist Hawkeye nicht einverstanden. Und darum bleibt unser Freund Venom erst mal zu Hause. Ja, dadurch, dass natürlich auch jetzt Agent 13 nicht mehr als Hintermann agiert, braucht unser Team auch eine neue Station und verliert sozusagen ihren fliegenden Quinjet. Haben stattdessen aber jetzt eine geschrumpfte Raumstation im Weltall. Also eine ganz kleine Sonde im Weltall. Und damit kann man dann natürlich auch nicht mehr festmachen, was da oben los ist. Und damit kann man natürlich weiterhin geheim agieren. So viel jetzt erst mal zu den Hintergründen. Aber es gibt natürlich auch eine Story in diesem Band und die hat eigentlich nichts mehr mit dem Shadow Conceal zu tun. Also wir haben erst mal noch diese Übergangsstory zwischen Cap und Clint. In der spielt das Shadow Conceal noch eine kleine Rolle. Danach verschwindet das Shadow Conceal. Also ist in diesem Band nicht mehr vorhanden, außer Max Fury. Dazu sage ich jetzt aber nicht mehr dazu. Ansonsten beginnt die Story in Pakistan, wo ein Terrorist sich selbst in die Luft jagen will. Aber zu diesem Zeitpunkt ist auch eine junge Frau anwesend mit ein Kind. Und als der Terrorist sich in die Luft jagt, saugt die Frau einfach mal kurzerhand die Explosion in sich ein. Woraufhin natürlich die Frau von allen anwesenden Leuten angegriffen wird. Als Dämonen, Teufeln und sonst was. Aber genau dieser Ausbruch, also dieses Aufsaugen dieser Feuerenergie, lässt plötzlich weltweit Adaptoiden aufwachen. Eine Art androidische Lebensform, die als Kopie von der ersten Fackel erbaut worden. Ja und diese brechen jetzt alle auf nach Pakistan, aber nicht um diese Frau zu finden, sondern um das Kind dieser Frau einzusammeln. Kompliziert. Zur selben Zeit nehmen aber auch die Secret Avengers im Welttag eben eine Energiesignatur war eben von dieser Frau, als sie die Flammen aufsaugt. Und brechen auch zum selben Ort auf. Und müssen aber dann leider miterleben, wie diese Adaptoiden die Frau und das Kind entführen und unsere Secret Avengers vollkommen vorführen. Aber jeden Einzelnen. Ja, also die Frau weg, das Kind weg. Ja und das Team muss jetzt versuchen, diese Frau zu finden. Aber sie haben Glück. Endman hat sich in minimierter Form an die Adaptoiden drangehängt und folgt diesen bis zu ihrem Heimatort. Und zwar der Kern. Aber der Kern ist nicht einfach nur irgendein Ort. Nein, der Kern ist ein Ort, in dem haufenweise Androide und Cyborg-artige Lebensformen wohnen. Das heißt, Doombots, Adaptoiden, Sentinels, so ein Vision-Verschnitt. Hier das scheint Jakosta zu sein. The Wasp als Cyborg. Überhaupt generell viele Cyborg-ehemalige Helden. Und hier so ein Red Skull-Verschnitt, bei dem ich immer noch nicht weiß, wer er ist. Ja, all diese wohnen hier und zwar alle unter der Herrschaft von Faser. So, ich sage jetzt von mir, mir macht dieser Band Spaß. Es ist aber immer noch Thema verfehlt. Am besten hat bisher wirklich das Thema der vierte Band, Secret Avengers, getroffen. Aber, naja, gut, geheim ist das trotzdem alles, denn es findet ja alles innerhalb der Erde statt und nicht auf der Erde. Und keiner kriegt davon irgendwas mit. Also kann man das immer noch als Secret betiteln. Aber für mich steht dieses Secret einfach für Agenten-Action. Und das gibt dieses nicht so wirklich. Es gibt so ein paar Szenen, wo man sagt, ja, okay, aber da die Bedrohung eine Science-Fiction-Bedrohung ist, ist dieses Agenten-Thema hier dann auch irgendwie so, ja, nicht wirklich wichtig, sage ich mal. Das Team spaltet sich in mehrere kleine Teams auf und muss an ihrer Nachforschung nachkommen und sich über ein bisschen einschmucken. Aber ansonsten, ja, okay, ne. Aber trotzdem, mir macht der Band Spaß, ne. Also ich fand die Story gut. Sie hat ein paar Wendungen, mit denen man auch nicht unbedingt rechnet. Hierbei fand ich aber jetzt auch wirklich am merkwürdigsten den Auftritt von Wasp. Wasp, Wasp, wie auch immer, mir jetzt egal. Schlichtweg, ja, zu dem Zeitpunkt gilt Jeanette Van Dyne, ja, als Tod. Aber kurz hier drauf, also etwa ein Jahr später, innerhalb, also nach Avengers vs. X-Men, kommt sie ja zurück. Und wir erfahren, dass sie im subatomaren Raum war, also wie auch in dem Ant-Man-Film, ne. Also, ne. Also, dass sie im Mikroversum gefangen war, ne. Und hier spricht man sich, wo jetzt diese Cyborg-Variante herkommt. Ne. Hier tauchen noch ein paar andere Cyborg-Varianten auf. Aber die sind auch alle eindeutig unsere Helden. Und auch The Wasp hier ist unsere Wasp, ne. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig einfach, ne. Hat Marvel wieder nicht ganz aufgepasst, ne. Äh, ansonsten kommt auch noch die Fackel hier drinne vor. Ist nur mein Android. Also, ich meine die Original-Fackel, nicht, äh, Johnny Storm, ne. Also, Jim Hammond, ne. Kommt auch hier drinne vor. Also, ich sag's einfach, der Band hat mir Spaß gemacht, ne. Ähm, ich weiß, das sehen viele nicht so. Aber mir hat er Spaß gemacht. Aber er ist eben wieder total das Thema verfehlt. Also, die sollten dieses Secret hier oben rausstreichen. Und die Serie hätten sie anders nennen sollen, ne. Ähm, aber wie gesagt, ich find ihn unterhaltsam. Ähm, freu mich auf den nächsten Band. Wobei ich auch sagen muss, beim nächsten Band, hier Band 6, den werde ich nicht komplett lesen. Denn hier sind noch die Avengers vs. X-Men-Ausgaben drinne. Also, die Tie-Ins, die werde ich jetzt überspringen. Die hab ich nämlich auch erst, äh, gelesen, als Avengers vs. X-Men in der Hachette-Sammlung drinne war. Ja, das ist jetzt, das war kurz bevor dieser Kanal gestartet ist, ne. Also, jetzt etwa ein Jahr her. Ähm, die werde ich jetzt nicht nochmal einzeln mitlesen. Ähm, damals hab ich einfach wirklich alles, was ich an Tie-Ins zu Avengers vs. X-Men hatte, hab ich einfach nochmal komplett gelesen. Und da war auch das dabei. Und das werde ich jetzt überspringen, ne. Die Zeichnung in diesem Band, äh, find ich auch sehr gelungen. Also, zumindest, äh, von der Hauptstory, äh, find ich die Zeichnung gelungen. Äh, in der ersten Story, äh, mit Cap und Clint. Und, ja, da gefallen mir jetzt die Zeichnungen nicht so. Die sind mir dann wieder zu Einheitsbrei. Aber hier hinten dieser düstere Look, ja, find ich richtig geil. Vor allem passend zu diesem bedrohlichen Horror-Thema, ne. Also, ja. Also, mir macht der Band Spaß. So, ich würd sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.